Hey und Willkommen zu einem neuen Moveset Video. In diesem Video werden wir das Korallen-Pokémon Corazon in seiner Galar-Form behandeln. Corazon ist vor allem in den defensiven Werten mit je 100 recht gut aufgestellt. Die KP sind mit 60 recht gering und die zwei offensiven Werte sind wirklich nicht beeindruckend. Dafür hat es aber mit einer 30er-Initiative eine echt geringe Geschwindigkeit, welche sich perfekt für den Bizarro-Raum anbietet. Durch den Geist-Typ ist Galar-Corazon immun gegenüber Normal- und Kampfattacken, weist Resistenzen gegen die Typen Gift und Käfer auf und verfügt eine Geist- und Unlichtschwäche. Die Fähigkeiten, die Galar-Corazon zur Verfügung stehen, sind die Bruchrüstung und der Tastfluch. Durch die Bruchrüstung sinkt die eigene Verteidigung nach Erleiden eines physischen Angriffs um eine Stufe, dafür steigt dann aber die Initiative um zwei Stufen. Anhand der Basiswerte kann man sich schon vorstellen, dass diese Fähigkeit nicht wirklich hilfreich ist, sondern komplett kontraproduktiv. Die weitaus bessere Fähigkeit ist daher Tastfluch. Wenn Corazon hier mit einer schadenzufügenden Attacke getroffen wird, besteht eine 30%ige Chance, dass diese Attacke für drei Runden lang blockiert wird. Corazon wird als Tanki-Support gespielt, welches hauptsächlich dafür da ist, gegnerische physische Pokémon zu negieren. Hierzu eignet sich die Fähigkeit Tastfluch mit einem kühnen oder lockeren Wesen am besten, je nachdem ob man es noch langsamer für einen Bizarro machen möchte oder nicht. Zudem packt man die EVs auf jeden Fall in die KP und den Rest kann man zwischen der physischen und speziellen Verteidigung aufteilen. Das Item ist dann immer der Evolid, damit die beiden Verteidigungswerte einen krassen Booster halten und Corazon so noch weit das Tankier machen. Eine der wichtigsten Attacken für Corazon ist der Kraftabsorber, mit welcher es die eigenen KP um den Angriffswert des Zieles regeneriert und dessen Angriff um eine Stufe senkt. Neben dem Kraftabsorber besitzt Corazon aber noch eine zweite Attacke, die sehr gut gegen physische Pokémon ist, nämlich das Irrlicht. Da diese Attacken sich hervorragend zum Stallen anbieten, aber nicht wirklich viel Schaden verursachen, nimmt man hier noch den Nachtnebel mit, welcher immer 50 Schaden zufügen wird. Hiermit sind dann auch die schlechten Angriffswerte von Corazon egal. Als letzte Attacke nimmt man meistens den Dunkelnebel mit, um negative Statuswertveränderungen von Team-Pokémon oder erhöhte Statuswerte von gegnerischen Pokémon zurückzusetzen. Hier muss man nur darauf aufpassen, dass man nicht den durch Kraftabsorber gesenkten Angriffswert wieder auf den Anfangswert zurücksetzt. Das sind die mit Abstand gängigsten Attacken, aber man könnte den Dunkelnebel bzw. das Irrlicht für den Reflektor und oder das Lichtschild austauschen. Das Schutzschild wäre auch eine Option, wobei man hier meistens mehr Nutzen durch eine weitere Statusattacke ziehen wird. Zu den Countern und Checks gehören vor allem Pokémon, die Verhöhner einsetzen können. Durch den Verhöhner wird Corazon nur noch den Nachtnebel einsetzen können, welche ohne die Statusattacken ziemlich unbeeindruckend wirkt. Pokémon wie Olangar, Elphoon oder auch Fuego eignen sich hierfür bestens. Eine andere Wahl zum Countern wären spezielle Pokémon, allen voran Pokémon, die Unlicht- oder Geistattacken nutzen. Die besten Beispiele hierfür wären Galar Labradors, Phantoros oder auch Katapultra, welche nicht vom Irrlicht und vom Kraftabsorber negativ beeinflusst werden. Bei den Partner- und Team-Pokémon bieten sich natürlich wieder alle Pokémon an, die den Bezauraum aus Feld holen können, da es durch die 30er Initiative fast alles in diesem Ausbieten wird. Die beste Wahl hierfür wäre Porion 2, aber auch ein Pokémon wie Muramura kann diesen Job sehr gut erledigen. Eine weitere Option wären Pokémon, die Schilder aufs Feld holen können. Durch den Reflektor bzw. das Lichtschild wird Corazon weniger Schaden erleiden und somit noch besser stallen können. Regileki und Labras wären hier zwei Pokémon, die man sehr gut nutzen könnte. Und ansonsten kann man offensive Pokémon auf die Seite von Corazon stellen, die durch den Support mehr aushalten können. Vor allem Pokémon mit einer geringen Verteidigung wie ein Nego oder Glurak können hiervon sehr profitieren. So, ich hoffe ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Lass gerne einen Like oder einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat und auf der rechten Seite gelangst du zu weiteren Videos von mir. Bis dahin, ciao!